Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich will gar keine große Ansage machen, auch so spät extrem nicht, aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, 0.60, also DayZ 0.60 ist auf den Stable-Servern. Es war irgendwo schon zu erwarten, gerade dadurch, dass die Updates immer kürzer und immer kleiner geworden sind und die Abstände vor allen Dingen geringer, war zu erwarten, dass es kommt. Und dass es jetzt direkt heute passiert, überrascht mich selber. Ich werde jetzt auf jeden Fall eine Runde zocken gehen und natürlich seid auch am Wochenende dabei, wenn ich wieder live streame. Ich werde mich Freitag direkt dranhängen, ab 20 Uhr bin ich online spätestens. Haltet ansonsten bei Facebook die Ohren auf, ich werde es im Endeffekt dort auch nochmal posten, wann genau ich online gehe, beziehungsweise sobald ich online gehe. Ich wünsche euch erstmal bis Freitag viel Spaß beim zockenden 0.60, wenn ihr dazu kommt und ansonsten, ja, sehen wir uns dann hoffentlich Freitag und bis dahin wünsche ich euch noch eine ruhige Restwoche, euer Ganschat.